Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helaba im Dialog. Mein Name ist Roman Schinke, ich bin Leiter des Sparkastendepot Sales-Teams hier bei der Helaba und ich bin heute hier zusammen mit Frau Sabrina Mies, unserer Kabat-Bond-Analystin. Hallo zusammen. Ja, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen es auch regulatorischen Themen zuwenden. Heute wollen wir die Pfandbriefnovelle besprechen, die europäische Pfandbriefnovelle, die Einzug halten wird am 1. Juli diesen Jahres in die deutsche Pfandbriefregelung. Sabrina, was gibt denn das EU-Gesetzespaket vor? Mit dem EU-Gesetzespaket möchte man die unterschiedlich ausgestalteten Regelungen in den Ländern vereinheitlichen. Es regelt Mindeststandards und stellt Qualitätskriterien sicher, die wichtig sind für die bevorzugte Eigenkapitalbehandlung. Die Covered-Bond-Richtlinie beschreibt die wesentlichen Strukturmerkmale eines European Covered Bonds, so wie er jetzt dann genannt wird, und regelt sogenannte Mussanforderungen an die Besicherung, an die Liquidität, an die Transparenzvorgaben und schreibt eine besondere öffentliche Aufsicht vor. Das deutsche Pfandbriefgesetz hält die meisten Sachen schon ein. Es gibt ein paar Änderungen, auf die wir gleich eingehen werden. Eine davon ist die Einführung der Fälligkeitsverschiebung, also eine weitere Absicherung im Krisenszenario zur Absicherung des Liquiditätsrisikos. Und wahrscheinlich ist das auch die wesentlichste Änderung im Pfandbriefgesetz. Was ist denn das Ziel einer Fälligkeitsverschiebung? Gibt es eine deutsche Version davon und wann würde die denn in Kraft treten? Ja, grundsätzlich ist das Ziel einer Fälligkeitsverschiebung, Liquiditätsrisiko zu minimieren, im Extremfall. Das ist ganz wichtig zu sagen. Solange die Bank vorhanden ist, regelt die Bank die Liquiditätsbesorgnisse, sage ich mal. Aber wenn die Bank ausfällt, kann es eben zu Liquiditätsengpässen kommen. Und dafür gibt es in den Gesetzen Strukturen, dieses Liquiditätsrisiko abzusichern. Die gibt es auch bereits schon im Pfandbriefgesetz. Und die Fälligkeitsverschiebung ist ein weiteres Instrument zum Aufbau von Liquidität. Und zwar, der Sachwalter hat die Möglichkeit als letztes Mittel, also es ist kein Automatismus, als letztes Mittel die Covered Bonds zu verschieben, um eben diesen Aufbau von Liquidität zu generieren. Maximal zwölf Monate. Und in dem ersten Monat kann er auch Tilgung und Zinsen, nicht nur Tilgung verschieben. Wir haben dazu auch einen Chart, da kann man das sehr gut sehen. Wir sehen oben nochmal die Verschiebungsmöglichkeiten, wie gerade genannt. Auch ein wesentliches Merkmal ist das sogenannte Überholverbot. Es darf nicht zu einer Umkehrung der Reihenfolge der Fälligkeiten kommen. Das sieht man hier auf dem unteren Beispiel sehr schön. Ein Pfandbrief wird fällig, wird um sechs Monate verschoben. Zwölf Monate ist ja nur das Maximum. Dann muss auch der Pfandbrief, der danach fällig wird, um sechs Monate verschoben werden, damit eben die Reihenfolge beibehalten wird. Ja, ganz wichtig, der Sachwalter kann das Verschieben auch nicht einfach so machen. Es gibt drei Voraussetzungen. Die Deckungsmasse ist nicht überschuldet. Die Verschiebung ist zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich. Und es wird davon ausgegangen, dass nach Verschiebung eine Zahlungsfähigkeit hergestellt wird. Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu. Fälligkeit, die Fälligkeitsverschiebung ist anwendbar auf alle neuen Pfandbriefe, aber auch auf alle bestehenden Pfandbriefe. Das bedeutet Laufzeitveränderung. Ändern sich die Zinskonditionen? Nein, der Gesetzgeber schweigt dazu. Allerdings, wenn es anders vertraglich ist, dann ist das durchaus möglich. Aber wenn eben nicht, dann ändern sich die Zinskonditionen nicht. Und du sagtest, das ist auch anwendbar auf die bereits bestehenden Papiere. Viele werden wahrscheinlich fragen, wie war das denn möglich? Wie ist das rückwirkend möglich? Also so viele sind es gar nicht gewesen, zumindest bei mir in den Gesprächen nicht. Wahrscheinlich, weil Softbullets insgesamt ja schon seit 2015 am Markt sind. Grundsätzlich wurde das aber abgeklärt. Nach meinen Informationen gibt es keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Mir ist das Wort unechte Rückwirkung da noch ein Begriff. Und wie gesagt, es ist eine Ultima Ratio, die also wirklich nur als letztes Mittel zum Einsatz kommt. Investoren sollten hier wirklich keine Bedenken haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt das Bild Internationale Covered Bonds, wie du schon sagtest, schon länger mit der neuen Regelung und den klassischen Pfandbrief. Ein Bild, was sich vielleicht eventuell in Zukunft ändern wird? Ja, da können wir mal auf einen Chart schauen. Das habe ich Anfang Januar aufgestellt. Auf der linken Seite sieht man ein Kuchendiagramm mit der aktuellen Verteilung Softbullets, Hardbullets. Zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 52 Prozent Softbullets am Covered Bond Markt. Mit der Umstellung des Pfandbriefgesetzes wird sich das auf über 70 Prozent erhöhen. Und ich gehe davon aus, dass auch andere Länder auf Softbullets umstellen. Und zum Beispiel Spanien ist im Moment ein reines Hardbullet-Land, also feste Fälligkeit. Auch in Österreich gibt es viele Hardbullets noch. Und dann werden Hardbullets der Seltenheit oder der Vergangenheit angehören. Okay. Fast. Vielleicht dann direkt im Anschluss die Frage, welche Änderungen, größere Änderungen könnte es denn sonst noch geben? Ja, also ich habe ja schon von Liquiditätsrisiko gesprochen und dass die Fälligkeitsverschiebung nicht das erste Mittel der Wahl ist. Es gibt ja nach wie vor den 180-Tage-Liquiditätspuffer. Hier ist auch grundsätzlich, bleibt die bisherige Qualität erhalten. Im Gegenteil, sie wird noch strikter. Die Liste der verwertbaren Werte, liquiden Werte umfasst nun auch Werte oder nur Werte, die den Anforderungen der LCR, der Liquiditätsverordnung entsprechen. Und Guthaben bei Kreditinstituten dürfen nur noch und Guthaben bei Kreditinstituten der Bonitätsstufe 1 und 2 sind nur noch verwendbar und nicht mehr der Bonitätsstufe 3. Ansonsten haben wir erstmals eine nennwertige Überdeckung. Das gilt aber erst ab 2022 laut Vorgabe. Hypotheken und öffentliche Pfandbriefe müssen dann 2 Prozent vorhalten, Schiffs- und Flugzeugpfandbriefe 5 Prozent. Die sichernde barwertige Überdeckung bleibt bei 2 Prozent, deckt nun aber auch Abwicklungskosten mit ab. Tja, und ansonsten gibt es noch eine Verschärfung bei den Forderungen gegenüber Kreditinstituten. Forderungen gegenüber Kreditinstituten aus der eigenen Bankengruppe oder derselben Bankengruppe qualifizieren sich nicht mehr für die Deckungsmasse. Was gibt es noch? Es gibt Verschärfungen oder neue Anforderungen bei den Transparenzregeln. Das Pfandbriefgesetz schreibt jetzt hier eine Eisenliste vor, die veröffentlicht werden muss von den Emittenten. Die Überdeckung getrennt nach gesetzlich, vertraglich und freiwillig muss angegeben werden und Kennzahlen zum Liquiditätsrisiko und da gleich drei. Da geht das Pfandbriefgesetz auch über die Vorgaben der Richtlinie hinaus. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Die meisten dieser Vorgaben treten erst ab 2022 in Kraft. Man kann also sagen, dass das deutsche Pfandbriefgesetz über die EU-Direktive hinausgeht. Würde das denn nicht auch bedeuten, dass es nach wie vor eine Privilegierung des deutschen Pfandbriefs gegenüber des Covered Ponds gibt? Richtig. Und das war natürlich Ziel, das erste große Ziel. Insgesamt an vielen Stellen, ich habe es schon erwähnt, geht das Pfandbriefgesetz über die Anforderungen der der Direktive hinaus. Damit ist die Privilegierung im Aufsichtsrecht weiter sichergestellt, auch in der Liquiditätsverordnung. Und damit fallen öffentliche Hypotheken und Schiffspandbriefe eben unter diese neue europäische Bezeichnung European Covered Bond Premium. Premium, das hört sich interessant an. Können wir davon ausgehen, dass vielleicht der Name des Pfandbriefs sich auch verändert? Werden wir vielleicht einen Pfandbrief Premium erleben? Nein, Pfandbriefe bleiben Pfandbriefe. Sie können aber in Zukunft mit der neuen Bezeichnung European Covered Bond Premium vermarktet werden. Alte Papiere eben nicht, weil die Fälligkeitsverschiebung nicht in den Emissionsbedingungen integriert ist. Prima. Dankeschön, Sabrina, für die kurze Zusammenfassung des neuen Themas, des neuen Gesetzes. Danke sehr dafür. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, verehrte Damen und Herren und freue mich schon bald auf ein Wiedersehen. Bis bald. Bis bald.